auch mit deinem kopfschwanz zu wackeln da mein kopfschwanz muss doch deinem gehirn wehtun bei dem auch zum baum wir haben den baum und den support wir haben mehr damage aber die haben dafür und um und 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 Loll, der hat mich hartprediktet. Loll. Jetzt sind wir wieder 50% unter, nice. Aber das kann ich nicht blocken. Also ich kann doch nicht beschützen, wenn der so reingesprungen wird. Und auf den kann ich nicht gehen dahinten, dann kriegt ihr einfach die anderen beiden in Fresse. Und der hat nicht schlecht. Der Pestilus. Wir müssen, ja, weiß ich. Ob wir mehr Poken sollten? Versuchen? Mehr Poken, das wird nix. Da hab ich die Range zu. Wir haben halt eigentlich mehr Damage. Schwer, Vikings. Durch die Erde. Ja. Ich versuche ein bisschen Energie zu fangen, dass ich eventuell noch mal... Ich versuche die Wölfe wegzuhalten. 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 Ich versuche das wegzuhalten. Ich versuche die Wölfe 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 wegzuhalten. sehr schön erwischt nein ich hab ne volle Ulti bei mir liegen unten links ich wollte sie grad machen die haben beide gekillt an dem Ding weißt du wie ich hab ihn angeschossen hat sein Bartasch kann ja dein Bartasch ausgelöst oder so keine Ahnung was das war ich glaub er hat zugeschlagen dann nochmal ich war nulslos ich hab abgelenkt ja du hast die Ulti gesammelt schon gut alles gut ja ich wollte's grad machen in dem Moment tatsächlich müssen wir aber immer bloß wir dürfen immer bloß kurz auf den Support gehen weil wenn wir uns komplett fokussieren dann kriegen wir von den anderen noch hart auf die Fresse ja aber wir haben nur schon 2-3 mal haben wir fokussiert und dann war er weg genau wir müssen den halt power bürsten so gut es geht und dann wieder weg Mist ist voll weg gewesen da ist er ja 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 echt Das war jetzt gut, wir haben uns nur Porta gefickt und dann war das was für die. Das war aber tatsächlich eine Teamleistung. Ich habe nur die meisten Mute gekriegt, das hat nichts direkt damit zu tun. Wenn du zum Beispiel nicht da gewesen hättest, hätten sie mich viel mehr bürsten können. Wir gehen direkt auf den Porta, oder? Können wir versuchen, wird aber schwierig. Wir haben ja auch ein Support-Milleteam. Das meine ich nicht. Hoch! Komm. Also ich habe ein bisschen Probleme. Da kam irgendwas zurück. Ich habe hier irgendein Konter gerade drin gehabt. Also ich kann nicht auf den Support gehen, der fährt mich einfach eiskalt weg. Ist nicht drin. Dabei macht der andere mir viel zu viel Schaden, ich kann nicht ignorieren. Wir haben irgendwie gar keinen Schaden gemacht die Runde. 490, du hast schon so viel Schaden wie die anderen auch gemacht. Ja, aber irgendwie... Die waren doch auch fast tot. Also ich kann halt einfach nicht auf sie gehen. Geht nicht. Sie hat auch den Doppel-Counter drin. Geht nicht. Hier können die Doppel-Contage werden. Es ist also bedeutend. Neă! Sie sind hier genauer eine Suchposition des Seruers. Wir sehen also je grenown immer die Oriãoen. Was ist das? danke ach komm Die geht mir so hart auf den Keks, man. Dankeschön. Alter Vater. Ah, die ist richtig gut. Das ist so nervig von ihr. Die nehmen halt auch immer nicht ihren Maid raus, sobald irgendwas passiert. Also sie dürfen gegen sie auf jeden Fall nicht so aggressiv spielen, das habe ich gerade schon gemerkt. Ja. Das ist so, sie echt ein bisschen Downsärge irgendwie, das funktioniert schon. Das ist so, sie müssen. 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 Und dann so, sie müssen. Das ist 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 so, sie müssen. Ich bin ja voll in sein Ulti-Gedash. Das war einfach scheiße. Ich glaube, sein Ulti habe ich nicht gefangen. Oh, der guter Schild. Der Stand-Anage ist so schlimm. Ich habe einmal zugeschlagen und habe drei Stunts gekriegt. Ja, dann müssen wir noch ein zweites Mal zugeschlagen haben. Nein, ich habe nur einmal links geklickt, dann habe ich aufgehört links zu klicken. Und habe trotzdem noch mal zugeschlagen oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist halt Bullshit. Gut Action war so ein Scheiß. Okay, ich versuche jetzt einfach aggressiv auf dich zu gehen. Du musst dich also beschützen. Naja, das war halt der eine Fehler. Ich bin auf die Ulti reingedashed. Dann war ich halt low, dann wollten wir nicht finishen. Ja, die haben aber vorher versucht aktiv auf dich zu gehen. Ah, ich habe dash gemisst. Ja, ich habe den Kerber. Aber ich sage sehr, dass ich während er am allgemeinen würde. All sicher, dass ich weiter ausprobieren wollte. ektor eingestellt reviert wird. Ich bräuchte dich wieder. So, sie ist tot. Oh Gott, nicht schon wieder. Dass er die Doppel-Ulti hat, wusste ich nicht. Da komm ich um die Ecke. Ich kann sie trotzdem gewinnen. Ach, der hat irgendwie an seinem Ende von seinem Konto nochmal einen Stun, glaube ich. Ja. Och, ist das assi, ey, die Mod. Fuck, hab ich nicht. Du musst schon irgendwie treffen. Du kannst ihn vieren, wenn er kontert. Was machst du? Es ist nicht so einfach gegen ihn, eine Dash zu führen. Eine Dash zu machen auf dich? Ich bin ein Stun. Und komm zurück. Ich bin ein Stun. Ich bin ein Stun.